Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Fortnite Ich bin Leon Leon? Wer ist noch dabei? Marcel und Udo Udo Na wer hat den besten Loot von uns? Na du nicht Hat er denn schon gelandet seit? Ja, dir wer Und ich hab 50 Holz Ich kann mir jetzt erst Ich hab schon Dicker Scheiße Ja, ich hab insgesamt 100 Holt Also Na, das wollte ich machen, weil ich den Falle habe Und ich hab mal seine große Schilddenker Ich bin zur Zeit Oh, dass er falsch anbekommen Ganz lässig Und so Ich hab jetzt nur die innerliche von dem kleinen Kackhaus abgebaut Ich hab mir Haftgewehr Ich hab mir Haftgewehr Sag es bitte wie Udo Ja, Acht Schnauze Connor Ich bin Ich bin Otto Ich bin Otto Äh Impy, ich hab den Namen vergessen Ich hab ihn 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 vergessen Und Udo Und Connor Und Ben Ich bin nicht Ben Ich bin nicht Ben Nein Fleder würde mir jetzt über PSN schreiben Schmeißt du einfach Ben raus Wie hieß der denn? Ach Leon, stimmt Der hieß Marc Und nicht Ben Nein, Leon Ja, sein PSN-Name hieß fast Ben Da dachte ich hieß Ben Sein PSN-Name war Bernie Willst du denn von mir? Ja, ich hab eine taktische Maschinenpistole und eine schallgedämpfte Maschinenpistole Ich hab eine taktische Maschinenpistole Das kann ich immer wieder Quatsch Oh, Minis Ich hab eine Pumpe Ich hab eine Pumpe Ich hab 15 Verbänder von Mini Schüttling Nee, hätt ich Christa aber nicht Du hast gesagt du willst, ne? Ja, also Psch 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 P� Psch Pt 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 Pb Pm Pt Py Pt P Problem ich bin otto die otto mensch lehrer ist eine breite bude hier bei mir ja nicht kommen wir nicht wie unten rein so ein grünes stummelwerb schnauze köln hat 2-0 gegen leverkusen köln hat keine erste männermannschaft köln spielt doch kreisliga ich hab doch gesagt die kriegste wer ist oder wer ist oder wer ist oder die paar häuser sind weg oder mit c4 ich war otto du bist so verjesslich oder was ich war otto ich hab selber keine pamp bist du schild dran ey moin die granaten ach udo du lässt dich so leicht verarschen muss man ein bisschen mehr überlegen udo nach weil er dich verarscht ihr c4 ich gebe dir alle zurück ja komm her hat doch ja kein c4 komm her udo nein du bist behindert oder mehr oder ja hier ist trotzdem c4 werden das heißt eine falle platziert otto warst du das welche falle ich hab's aber auch gehört die hast du dahin gestellt nein da liegt zu 4 den gegner weil die denken otto du hast du zu viel einfach durch die denken udo geht da rein ich denke Udo war das. Udo will denn nischt böse. Ich denk's nur Udo Jungs war das. Hast du gesniped? Das war MP. Du zack, komm wo ich bin. Ja. Und? Fühlst du uns jetzt damit an? Warum bist du da? Holz. Vor mir Gegner, Norden. Ja, beim Haus. Norden hat er gesagt. Kobi. Im Pi, hau auf. Was sind? Hey, ich sag Leon du spaß. Leon. Ist so. Ja, ok, schau auf. Hier sind Gegner. Genau vor mir. Ich schlafe mich einfach beinahe an. Warte auf. Einfach an den Schlichten. Stehe ich hinter ihr. 100 Emotionen für Headshot. Ganz ruhig. Ich hab doch nie diesen. Ich hab doch nie diesen. Ich hab doch nie alle ab. Kobi. So, das ist One-Head. Sorry, Otto. Wo sind denn? Wo ist denn der Letzte? Warte, ich lass wieder. Ich hab mich da die Scheiße. Hallo. Oh, hier. Oh, Bombe. Große Bombe. Große Bombe. Der Ding für Minis. Kann ich mitnehmen. Kann ich mitnehmen? Ich nicht. Hat er eine Granatenmonie? Kann ich mitnehmen? Granatenmonie? Ja, bitte. Ähm. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Ich spiel Double Pump. Mich schützt ab. Die alte. Ich spiel die Schütze ab. Oh, ich hab Holz voll. Wer einer Holz abhaben? Braucht ihr was? Nö. Ja, ich hab 961. Easy. Ich hab sehr, sehr viel im Viertel abgebaut und hab dann wahrscheinlich jetzt nur ins Holz geblieben. Gewehrt. Gewehrt. Zarsahle. Die Leute hier sind ungelootet. Fleder. Hast du schon mal eine Zone gekriegt? Nee, Conner. Hast du schon mal eine Zone gekriegt? Nee, Conner. Schnauze Otto. Denkst du, seh ich so aus, würde mich das jucken. Ja. Oh, ist ein Busch. Wie viel mittlere habt ihr? Den wohl ich kaum. 230. Mein Busch. Kriegt mir ein bisschen abhauen in der Zone? Ich glaub 60. Hm. Bananaphon. Darf einer halt? Nee, gut. Gibt doch graue Stunkel, wer? Pssst. Oh, denn. Na. Tago. Fakultät. Oh, wie cool ist. Pssst. Vielleicht braucht ihr jemanden raus. Für den Battle Pass. Ja. Töte Gegner mit einer Ein-Sterne-Waffe. Ein-Sterne. Pssst. Wo denn? Wo denn? Aperland. Wie in den... Gegner Süden? Aperland. Süden? Süden? Süden ist hinter mir. Warum das hinter mir? Marios, komm. Komm in meinen Busch rein. Nein. Das ist nur eine Gang. Lass uns auf den Weg. Aber ich weiß nicht, wo die Fehler sind. Was hat er noch wissen? Hat er doch gesagt? Schreit doch nicht so, ey. Warum leben noch so viele? Ja. Hallo. Trainor. Koffie. 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 Hey! Oh, ihn ist da? Sind da überhaupt noch Gegner? Nö, ist gut. Ich habe es auch gar keine Granaten drin geballert. Ich bin an die Mölleres. Ich brauche jetzt mittlere. Komm her, Mario. Äh, Hannes. Hannes, komm her. Hannes, komm her. Hannes, hier ist ein Big Shieldy und ein Mini-Shieldy. Danke. Ja, so meine. Ich rette dich. Nimm, inhalier sie. Brauch die wieder. Wo wird er geschossen? Hinter dir ist noch der große Shieldy. 33. Ja. Ja, games ist. Der große Shieldy liegt hier, ne? Wir sind ja so. Keine Ahnung, Chuck für ihn. Ich bin dann auch noch ein Chuck. Den habe ich genommen. Danke. Als Bursch in eurer Kä... ähm, denkst du? Ja, das... äh, das ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Der ist direkt tot. Wahrscheinlich einer. in der Maul servier ist der Montemo, äh... Jen, ah... ières. Ja. Lass uns hier bleiben, hier ist doch entspannt. Na ich will nicht loot. Wer eku, achot? ich habe auch nur kurz ja nicht entspann ich mal nur es ist kann doch irgendwann in der bäume auf leder du unehre mann platz dafür was willst du denn mann er wird den platz für sowas eine strikte inventare in folge wollen wir dahin oder was gibt ja kein zu weit weg von der aufgabe einfach mitten im rallye aber warum bleibst du denn alleine da mann ich hatte gesagt ich bleibe hier ist gemütlich ja und warum er was gemütlich ist heute ist ja direkt unter mir der platiner stadt ich habe hast du da bin ich denn skype ist über den bauern oder was also einer ist hier nur unter mir oder sagen also ich bei ersten skype ist über den marius findest du sie schön die ist nämlich über mir ist ja nicht ach so da ja ja was schön ja hat der kleine schild rein gell du hast auch welche steve oder ich habe welche aber ich bin weiter weg die nah an ihr hittet lol kann ich runter kommen ich hole dich vor die gegner warum ist der da warum ist der da da unten drin bei treppen aus warum ist der denn da warum denn nicht er pusht das ist der pusht ist der leider aber was kann auch zu dem türen konner wenn er jetzt hin man ja mein busch kaputt gemacht nicht weinen kauf denn neuer kauf denn leben war das ich kann das bayern für feiern für sagen wo wagen da kommt doch morgen mein trikot an vom sandro alder muss das andere in sieg voll egal ja aber nur der nachspiel der flügel hat hat mein favori der hat da unten einfach geht die hat einfach das gewinnt und da gibt hat sein maid auf und ich tue die slyper ausgebilden ein Handy Warte Na warte Na ja, gut ne Ich glaube dafür sollte man ein Like geben oder? Für Sandowanger Auf jeden Fall Die Runde